Vielgeschmähter Nachfolger des langjährigen Volksbühnen-Chefs Frank Kastorf, kündigte die Volksbühne an Erlasse die Geschichte in einem betörenden, utopischen Spielen kurz vor der Revolution kommt eine Gruppe französischer Freidenker zusammen. Um die Libertinage nach Deutschland zu exportieren Premiere soll am 22. Februar sein Berger war unter anderem als Titelheld von Luchino Viscontis Filmdrama Ludwig der Zweite 1973 berühmt geworden. Dem Österreicher Helmut Berger, mit Janett Spasowa, die bulgarisch-armenische Wurzeln hat, und mit der deutsch-französischen Annett Isma, sagte der Konquelle NTV.de. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.